Ja, es hat ja keinen Sinn, was ich gerade machen kann, aber egal. Warte mal, kann ich hier auswählen? Das würde doch klappen. Nein, ich muss erst mal fänden gehen. Auflauf, ich hoffe, ich nehme die dort noch auf. Okay. Näm. 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 ...dun-dun-dun-dun... ...dun-dun-dun-dun-dun-dun... Oh... ...dun-dun-dun... Jetzt ernsthaft! Wie kommen die alle hier rein? Cool. Cool. I'm going to show you the sun. I'm going to show you the sun. There's something dark. I'll show you the sun. Well, I'm gonna show you the sun. Was haben wir in den Klaas? Töpel! Okay. naja ja tschüss ja ja unter die Hälfte schluter so ist gefixt so wenn ich dann nicht um das denken naja das ist nicht mein problem was ist denn los? als man wasser oder was alles in den rota mit wohl insel port wo ordentlich Das war mal gesehen, aber unglaublich. also jetzt hat so das aufnehmen ist gerade genau mit jules block im battle ich denke mal dass wir gewinnen weil das einfach der ist richtig gut also meine hat das viertel finale geschafft nicht mit einem so super track wie am anfang hatte aber er hat durchgeführt und ich fand das trotzdem das video wir sagen auch ja ganz in ordnung sag ich es mal so ne ja ich war um kann ich nicht kennen mann was soll der scheiß ich schreibe die wand um die wand klopft da und da nicht das ding einfach immer umstehen schlafen mal gucken mal googeln was der tag zu bringen so ich bin gerade kann wahrscheinlich sehen dass wir einen krampf regeln das ist richtig geil aber immer nur beim let's playen verstehe ich gar nicht warum naja ach komm zwei sticks in ordnung da haben wir zwei sticks mit ja ist hier ähm hm unterscheiden außerdrücken nicht ganz so einfach ich müsste hier eigentlich mal anloggen und so aber da bin ich einfach zuvor zu ne und ja 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 ne sagen sie so scheiße mal gucken okay kipi so jetzt 1 2 3 1 1 1 1 1 1 1 1 noch weg ok, das 1 kann ich da weggeben ach ja, witzig, wenn ich putzen so, dumm 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 ok, jetzt müssen wir... oh oh ah, war doch das, was ich vorher gedacht hatte scheiße, na egal was soll's, ne tun wir einmal rum und da gucken wir mal rum an das wird das wichtigste cool und mannnte ist cool 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 schau jetzt mal schlafen wir doch weiß und so ok ja naja boah ich mach' ja nicht hin, Alter da könnte ich mal ne .. To viel Kohler. Ich meine, da kann ich nicht genug Kohler. ich bin jetzt auf dieser welt nicht scheiße dafür finde ich alles andere gar nicht das ist echt nicht so der kohle ist wenn man wohl keine gebrauchte kommen nicht mit jemandem zu streiten aber auch alles noch schön so dass man sich umständliche machen kommen so wie hat es ja wie ok ich sterbe jetzt wiedergelebt der bett wurde blockiert oder zerstört die ich muss dich es klappt in der ld ist nicht ganz so gut als das nur einmal machen ich weiß nicht später aussieht ich bin ein geist wenn ich doch gut richtig richtig ja jetzt wir leben die kinder so etwas also jetzt wurde das wirklich ich soll wieder aufschieben sondern ich habe mich gepackt ich finde ich schon irgendwie sowas wie es ist keine kannibalen monster sind ja auch monster mehr oder weniger los abbauen Und abounden. warum denn auch nicht sehr komplizierte ich bin nicht ungestürzt hatte ich noch immer so sieht ja alles ich kann es abholen aufgrund ja jetzt kommt man schneller k jetzt kann es gar nicht überfüllt geht es weiter so ich bin allein 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 also eine elbe nicht allein ich habe das freundin im ja 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 wo sind wir unten und die schadet die licht nicht wenn ich könnte ich brauche nie mehr und nie mehr wieder sollte es sein trotzdem kann es auch nicht wirklich daran aber eigentlich nicht so mein sprachen allgemein ich bin nicht so ein sprachgewandter jünger vielleicht wortgewandt aber nicht sprachgewandt geht hier alles hier selbst erzählen heute noch ja das geht ich nicht Okay. So. Schön zu machen hier alles. Muss ja echt schnicker aussehen. Also, ne, ne. Wenn sie die Borben immer kommen, dann geht die gar nicht. So kacke auszieht hier. So ausleuchten auch nicht, wie in den Händen aussieht der Raum. Boi. So. Nein. Nein. So. Okay. Ach. Die Strafe. Nein. Wie kann man so dämlich sein, ey. So. So. Okay. Hallo. Dann lass uns aber sorgen, Bitches. Die Logi ist eine gute. Hm. Ach ja. Das bräuchte ich eigentlich nur noch, nur würde man. Und ein paar Treppchen. Oh. Klar. Leitern. Ich glaube, die sind so fertig. Ich glaube, die sind so fertig. So. Ich glaube, die sind so fertig. Ich glaube, die sind so fertig. Echt schönes Ding. richtig schön aus wirklich super hier geht es mal angucken wo er sechs sauer ist kriegt ich habe schon wieder vergessen, was ich wollte Leiter Da Leiter Schenke ich dir Schenke ich dir Warte was war noch Hier Na und Stese Stese Warte Weil Damit das ein bisschen zu viel wird hier Ich könnte ja mal ein bisschen brennen, ne Aber Wie habe ich keine Zeit dazu Weiß, ey, wie der L mag nie zunächst Zeit, obwohl Sag mal so Lass es sein, dass wir auch so großartig haben Wir haben ja eigentlich Null, eigentlich Null Wohlberg, ne Genug Zeit Aber was ist schon eigentlich Es wird Tag Ganz kurz eine Aufnahmepause Gucken wir eben, wie ich in meinem Boot herstelle So, also jetzt mache ich eine Aufnahmepause Bis gleich Ich habe das